Wusste dir eigentlich, dass es einen in den Fruchtsaft gibt, der innozent heißt? Was? Das ist ja was ganz tolles. Oh, Oh-Saft? Ja? Was? Da liegt eine Leiche. Ich weiß aber nicht. Wie schnell geht das immer? Okay. Morado. Ja, innoßen. Ein Schuss gehört auch eben. Da geht wir einfach so auseinander mit dem Wissen, okay? Ich weiß aber wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, oben im Fall, im Turm muss so wahrscheinlich sein. Ja, okay. Warte, 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 dann machen wir einen Deal. Du, wenn du Traitor bist, du tötest mich nicht, aber ich geh hoch und erledige alle oben. Ich bin nicht mehr mehr im Leuchtturm. Delay, Delay, LP. Drei. Ja, einer von euch hier ist mindestens Traitor. Ja, Rotpilz ist verwundet, würde ich sagen. Mindestens einer von euch. Wieso? Okay, Mr. Mord, Rotpilz, ah! Hast du da für Beweise, Oh-Saft? Ich hab's nicht gesagt. Warte, ich frag ihn mal eben. Ah, nee. Das ist schade. Was ein Hammer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, nö. Ich bin nicht dein Ernst. Ich bin nicht dein Ernst. Oh, komm, ich bin nicht dein Ernst. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich muss mit der Waffe schießen. Ich hab die von Mr. Moor aufgehoben. Ich glaub, da muss ich jetzt so Ninja-Musik oder sowas einspielen. Typische Ninja-Musik. Ja, klar. Aus dem wilden Ninja-Tum. Die wilden Ninja-Tum. Im wilden Japan. Ja, natürlich. Im wilden Osten, ja. Da muss die Wüsten und die Schlitz-Boys gibt. Schlitz-Boys. Usav ist Hacker. Er wusste direkt, dass ich Traitor bin. Das hab ich grad erfunden. Nur weil ich die Diktative getötet hab, heißt das nicht, dass ich Traitor bin. Was? Nicht? Okay, da hab ich das Spiel falsch verstanden. Denk nochmal drüber nach. Ja, ich seh schon, es liegt alles an mir. Immer legt es alles an dir. Kombinationen machen wie ich, ne? Ruppels schießt auf! Ruppels ist Traitor. Okay. Ruppels, wo bist du? Ach, egal. Ich geh mir über AfK. Okay. Mr. Moor, Alter. Ja, ich bin AfK. Nein, okay. Ruppels, ich bin hinter dir, Ruppels. Warte mal, jetzt sind zwei Runden vorbei, jetzt müsste eigentlich Zambel Traitor sein, oder? Kannst du bitte aufhören damit, sonst denk ich, du bist der Traitor. Hör auf, ach. Jetzt müsste Zambel Traitor sein, aber zwei Runden sind um. Hast du grad ne Bombe hier? Stimmt. Nein, das war eine Rache. Kombiniert, Usav, das musst du eigentlich jetzt zutreffen. Gut kombiniert, Watson. Hör auf mit dein Herz auf, Mr. Moor. Aber ich habe ein Argument dagegen. Oh, du bist Detektiv. Und zwar? Mr. Moor, lass das. Ich bin Detektiv. Lass das, ich lass das. Mr. Moor, hör doch die ganze Zeit hinterher. Ja, ja, kuscheln, kuscheln, kuscheln. Mr. Moor, dann hör auf. Da hin. Ist schon jemand tot? Nein. Oh, die Waffe gefällt mir. Wir müssen ja nichts mitbekommen. Hallo, Usav. Geh weg. Oh, hallo. Hallo, Usav, kann man dich trinken? Haha. Kann man gar nicht. Das geht nicht. Was? Das ist praktisch nicht möglich. Oh Gott, hab ich grad viel Fallschaden bekommen. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gar nicht. Hacker, Hacker. Modado, äh, 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 hab ich grad gehört. Was war das? WTF. Ich hab nicht hingeguckt, deswegen cool geistern, look at explosions. Waaaaaaa! Okay. Ja, mhm, okay. Hu, hu. Sombey. Ja, ich hab Modado getötet über Traitor. Krieg ich ne Heal-Stage? Linger! Oh. Ich denk mal, war nämlich Rotpilz ist es. Nein. Sombey. Das ist schon ein Lüger. Ich bin hier ja um zu lenken, nicht um zu denken. Ich bin Detektive Haben wir Aber schießt du auf mich wie so ein Scheiß Ja ich glaube Rotpilz ist es Ich bin tot Wirklich Oh nein Hör auf damit Hör auf damit hab ich gesagt Warum schießt du auf mich Rotpilz Ich hab gedacht du bist böse Nein ich bin innocent Polizei Hände hoch Ergeben sie dich Ergeben sie dich Ich hab dich nicht mal gesehen Er kündigt sogar voll laut an Osaft du hast mich gerittet Ja Er wollte dich einfach nicht ergeben Polizei Saft hat den Tag gerettet Ora Osaft ist der Ritter der Herzen Ich möchte mich bei dir bedanken Da sind Shurikens du kannst dich noch werfen Lass die Shurikens schnell schnell Hör auf Er lässt dir die Steine übers Wasser flippen Ja Oh nochmal Oh Das war wunderschön Wer weiß eigentlich Traitor Wer ich weiß gar nicht mehr wer mein Traitor kollege war Ich hab das gar nicht im Ohr Mordado du bist schlecht Äh Ich hab Zombiel auf extrem wenig HP gespricht und die da umgebracht Nein Nein du bist schlecht Nein Stopp Du bist schlecht Du hast nicht gewonnen Stopp 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 Danke Du kommst nicht vorbei Ich bin Traitor Okay So Zombiel war jetzt extrem lang kein Traitor mehr Ich wär dafür das gut töten Darf ich einen random killen Yo Schule Darf ich einen random killen von euch Du bist Detective oder Usagt? Mr. Moor hat Shurikens gerade auf mich geworfen Mr. Moor hat Shurikens gerade auf mich geworfen Mr. Moor hat Shurikens geworfen Ich hab gerade gesehen Mr. Moor Okay Dann random killen wir jetzt Mr. Moor Was? Was? Warum? Warum mich? Hä? Du chillst bei Mr. Moor und du Mr. Moor schießt auf mich Mr. Moor schießt auf mich Mr. Moor schießt auf mich Hab Mr. Moor Hä? Der war bei mir War der die ganze Zeit hier? Ja der war die ganze Zeit hier Ich hab Junge ohne witz ich trau dir Ich trau dir Hey Komm schon mal raus Ich hab ihn umgebracht Ich hab ihn umgebracht Ich hab ihn umgebracht Ich hab gesehen Wir stecken Shurikens in der Wand Oh jetzt sind sie disporant Ich hab sie vorhin gesehen Achso Ich will nicht sagen Aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Zombie Der wollte mich in eine Pfanne locken Hat er aber nicht geschafft Denn ich bin viel zu klug Hä du bist doch zu mir hängelaufen Ja ich weiß Aber du hast trotzdem nicht geschafft Doch ich hab versucht dich umzubringen Achso Oh Ich hab mir erstmal Selbst Fallschaden gemacht Ach das war's selb Ok Ich hab dir auch Ich hab ihn auch sterben gehört Das ist natürlich auch sehr premium Ich hab auch irgendwie Wo Saft? Weiß Osaft der gestorben ist? Ja Osaft ist wahrscheinlich Ein Fallschaden gestorben Ja Zombey ist es Ok Da ist Zombey Ja schieß Ich hab geschossen Er hat mich totgeschossen Er ist Er geht zum Was? Zum Leuchtturm Hallo Zombey Hallo er kommt zu mir Ja Ja Ich hab die gleiche von Rotpilz gefunden Ok Oh Ich bin übrigens wirklich innocent Echt? Ja Ok dann glaube ich Er ist bei mir Soll ich ihn jetzt wirklich töten? Ja töte ihn Töte Maudado Das ist bestimmt ein Missverständnis Das ist einfach ein Missverständnis Hä? Maudado warum bist du denn so behindert? Wieso sagst du das ich jetzt bin Obwohl du selber inno bist? Du Arschloch Oh Mann Ich hab den Schuriken Was? Weil Delay und die anderen Delay und Rotpilz nicht gemacht haben Und du warst der einzige übrige Vor allem Delay hat die ganze Zeit Weil Delay hat gesehen wie Mr. Maud die Schuriken gebraucht haben Ja Usaf hat gar nichts bestätigt Usaf hat gar nichts bestätigt Usaf hat gesagt Ich hab gesagt das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Sherlock Rotpilz Usabell Usaf hat Ja gesagt Hetzt da einfach alle auf mich den Maudado Und dann ist er nicht weiter Ich bin gestorben Wir haben halt recht Sambay hier ich hab einen Magnetostick Du Arschloch Ich hab die Schuriken so richtig fail geworfen Richtig fail Das ist einfach einer links von mir und einer rechts von mir in die Wand gebrettert So richtig schlecht Ja Als hättest du irgendwie vorher einen getrunken oder sowas Hab ich doch auch Ja Galil Und zwar einen Inus Habt ihr das gehört Kinder Deine Inus Sehntfurt Selbsttätig getrunken Diggedig Giff Giff Product placement Ja Oh Sommer jetzt hast du ganz wenig Karma wegen Maudado Ja 60 Kammer verloren wegen Maudado Wie konnte er nur Oh nein Oh ja Ich bin der Detektiv Leute Leute Der Detektiv befiehlt kein Stein mehr Leute ich möchte mal anwerfen dass das neue Wolfenstein ein tolles Spiel ist Ja wir geh hoch Aber ich hab Angst, dass du O-O-O-Gott O-O Oh sagt war das knapp Geh� Elebin Spiele ich gerne dodefinny STAR Ich höre jetzt auf mixer Ist noch Spaß Das kommt davon wenn du Ich hab ne gar Lidl, passt auf! Ich muss den Schrank umwerfen, dass ihr mir nicht folgen könnt! Delay, auf wen schießt du? Auf die Möwe zum Beez, zum Beez, zum Beez, zum Beez, zum Beez, zum Beez, zum Beez , zum Beez, 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 zum Beez . Gehen wir das, mit mir, den Schwoas-Live, zum Beez, zum Beez, zum Beez Und die Möwe getroffen? Lidl, richtig Fehler! Basta ist die Möse getroffen!!! Ich hab grad Lust, Delay zu töten! Kann man die haben. Damit, 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 damit. So einer, der sich so abtrennt. Ich hab Gott Lust, dich zu töten. Okay. Okay. Hey, wer schießt mich da an? Irgendeiner hat mich da gerade angeschossen, ihr kleinen Lümmel. Das gefällt mir nicht. Ich finde das echt nicht okay, wenn wir in so einer Gesellschaft spielen, wo einfach auf den Detektiv geschossen wird. Ich meine, ich bin doch einfach nur ein netter Mensch. Halt die Klappe! Oh, du hast mich getötet. Ja! Mordado, bleib mal bitte stehen, ich will das mit dem Messer testen. Du hast ja einen Schaden gerade. Ja, ja. Ah ja, jetzt steht Instant Kill die ganze Zeit hinter dir. Ah, okay. Dann kann ich einfach so machen. Ja, cool. Und dann steckt mir ein Messer in deinem Rücken. Ist natürlich kacke. Cool. Mordado? Hm? Ich weiß jetzt halt nicht, wie es aussieht, weil ich manche Maps nicht spielen kann wegen den CS-Texturen. Ja, Bunkerlos und, glaube ich, ohne CS-S. Hey, du blutest alles voll, Mordado. Ja, darin bin ich gut. Das ist Gesundheit. Ja, okay. Ich werde mir eben schnell einen Innocent-Saft holen. Ernst hast du jetzt? Nein, aber ich hole mir was zu tun. Als hätte Mr. Mo was Gesundes da, der holt. Wie ist denn eine Cola? Ja, Mordado. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Hä, die hast du doch schon mal mit uns gespielt, hier Map. Ja, aber Mordado hat Family Shining bei mir und Mordado ist kaputt. Und ich habe Mordados CS, äh, CSS gehabt. Hä, du dürftest schon trotzdem die Dateien haben. Ja eben. Soll ich euch einen Screenshot schicken, wie es bei mir aussieht? Hübsch. Nein. Jetzt machst du nichts. Nein, danke. Hä, du hast kein Counter Strike Source? Nein. Dann sag doch das doch, dann schenke ich es dir. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ja aber Mordado hat doch eigentlich das mit Family Shining reicht doch eigentlich. Warte, ich schau ganz kurz. Warte, Einstellungen. Familie. Möbelguss bei mir. Hast du bei mir den Haken vielleicht aus dem rausgenommen? Nee, eigentlich nicht. Guck mal. Account not found. Ich kann doch keine Autorierungsanstaltung nicht schicken. Hey, Mordado. ich mache jetzt ein Prozent bei der Slam auf wo so oft erkennt der alte Runde anfängt ich bin Super Mario die Lass mich bitte nicht dass ich ich zutreue ich kann keine Klausel springen vor Ort ob ich das ich hab nichts gesehen entdeckte Farah hat zwei ich will nicht zu dir bieten ich bin Was ist denn das? Was ist denn das? Pass auf, Mr. Moor, der könnte Tricks sein. Da ist ein Traitor, pass auf, pass auf, pass auf. Sei vorsichtig jetzt. Ich dachte schon nicht sagen, aber da ist ein Traitor, pass auf. Mr. Moor, Achtung hinter dir! Ich bin so gut, ich kann... Ich bin so gut! Wo kam der her? Wir sagten, du hast eine Waffe, wieso hast du nicht zurückgeschossen? Wo war er? Hast du schon die neue Maps? Das ist jetzt dein Ernst? Hat er mir in Skype-Match geschickt? Hat er mir in Skype-Match geschickt? Hat hier mit einem Test-Match gepostet, oder? Aber die sind auf dem Club-Test. Ja, aber ich hab sie dir gescheckt. Speichere die links. Ja, ich... Deswegen schick ich sie immer in Skype. Warte? Ja, wir müssen ja eh die Map wechseln, wegen Olaft, oder? Ja, falls könnte ich auch die Krebsversion spielen. No, war Olaft! Wir können ja auf eine Mine-Craft-Map gehen. Die liegen immer bei O-Soft. Hallo Welt! Ja, Mine-Craft nicht. Hallo Welt, kannst du mich hören? Ist das Blut im Auge. Hä, wie kann O-Soft überhaupt ohne Counter-Strike spielen? Das ist doch die Hälfte des Spiels nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Boah, ich kann Audados Family Sharing... äh... Textur. Okay, dann mach ich nur einen kurzen Cut... Und guck mal was ab jetzt. Ich darf dich anschießen, ich bin infektiv. So, da sind wir wieder bei TTT. Ich hab O-Soft jetzt ein Spiel geschenkt wie Bösti. Happy Bird! Ich hab gar keinen Geburtstag! Noch. Wie gesagt, gale Bros for life O-Soft. Ja, daran lag's. Ja, nur deswegen hast du das Spiel bekommen. Ja. Wer hat den Counter-Strike in dem Jahrhundert nicht? Was bist du denn für ein Hintermensch? Ich hab nur Counter-Strike Global Offensive. Ja, den Chef spielt ja keiner. Counter-Strike so aus. Ja, ich dachte mir nur... 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 Ich dachte mir nur, Source muss ich dann ja nicht holen. Wirst du das? Wirst du deswegen so aggressiv zu mir? Ich bin der Besteste. Was meinst du aggressiv, du Fettsack? Ja. Er hat in seiner Jugend zu viele Killer-Stücke gespielt. Na klar. Ja. Menschentöten. Robby. Aaaaahhhhhh. Macht der Zombie immer noch. Täglich. Damit verdient er sein Geld. Das ist mein... Er verkauft Leichen. Also er verkauft Organe von Leichen. Oh Gott, ich seh die Web. Mr. Moore, nicht sterben. Nein, Mr. Moore. Oh. Echt? Hattest du so schreckt? Okay, sehr gut. Jetzt ist alles in Ordnung, Rosas? Joa. Joa, das ist ja schön. Jetzt ist mein Spiel nicht mehr pink. Aber ein bisschen schade. Wir spielen TTT. Hallo, Rosas. Komm, wir gehen in den Container. Schade, aber auch ein bisschen gut. In den Container. Lädst du wirklich? Komm, wir machen Wäuberleiter. Komm, wir machen Wäuberleiter. Dann können wir beide rein. Aber dann können nicht beide rein. Die Waffen. So, Maudaud. Wir machen's wie vorher. Wie letztes auch. Mhm. Machen's wie immer. Bist du Traitor? Hä? Nein. Du? Okay. Nö, ich bin Inno. Hi. Hi. Ja. Ich hab'n Stuhl gebracht. Danke. Oh. Jetzt sind wir hier. Hallo, Delay LP. Was? Bitte? Es ist Delay LP. Kennst du nicht? Was gibt's für Restaurants? Es gibt so Restaurants, da dürfen die Leute die Tische und so und Stühle auch mit kaputt machen. Es kommt einfach mit auf die Rechnung. Okay. Weil es Menschen mit zu viel Geld auf der Welt gibt. So, wieder da. Die dürfen dann glaube ich die Tische anzünden und so. Ja, okay. Wer hat den denn erschossen? Wer hat den denn erschossen? Wer hat den denn erschossen? Wer hat den Traitor erschossen? Ich. Achso. Du hast den Traitor erschossen? Nein, du bist Traitor. Nein. Oh Mann! Hä? Wer tötet den Traitor und sagt dann nicht, dass er den getötet wird? Zombie. Das ist nicht doof. Wer hat Mr. Moor getötet? Ich hab'n Schild. Ich hab'n Schild. Aber nur von einer Seite. Aber nur von einer Seite. Ich muss mal kurz essen, ne? Bis gleich. Hä? Hä? Ich hab' dir grad ein Spiel geschenkt. Du kannst jetzt nicht essen gehen. Ich komm' mir nur grad kurz essen, so. Meine Güte. Du bist jetzt mein persönlicher Sklave. Du darfst nichts essen. Okay. Zieh' dich aus. Zieh' dich aus. Zeig' mir deine kleinen Orangen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich weiß noch nicht, was gerade die Runde los war. Liegt einfach ein toter Traitor und keiner sagt was. Ja, wieso? Woran ist bist du denn gestorben? Durch den Headshot. Ja, von wem? Wir haben den getötet ohne... Weiß ich doch nicht. Das sagt ja keiner, wer das war. Ich war da. Mr. Moor, wer hätte ich getötet? Ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich war AFK. Das macht gar keinen Sinn. Ich saß in meinem Container. Aber okay. Ach so. Aber warum muss mich denn getötet haben? Außerdem war ich diesmal Traitor und werde getötet. Ich bin verschämt. Ja. Ja, aber du warst ja auch AFK. Immer wenn du AFK, also in Anführungsstrichen AFK warst und sagst wieder da, dann warst du Traitor und hast gerade jemanden getötet. Hier ist gerade irgendwas nicht mehr explodiert. Wer schießt da? Ich bin übrigens Detective. Ja, wer schießt da? Ja. Was schießt denn da? Ich bin unschuldig. Ich... Was schießt denn da? Ich hab also den AFK-Ursaft getötet. Hä, hast du echt jetzt? Ja. Ja. Ja und hast du ihn untersucht? Untersuch ihn mal. Hey, ich bin tot. Ich bin einfach nicht untersucht. Mann, jetzt kam er grad wieder. Ja eben, der hat doch gesagt, er holt sich kurz was zu essen. Nur weil du AFK warst, bringst du ihn dann direkt um, weißt du? Ich wurde aber auch getötet, als ich AFK war. Jetzt fang nicht mit dir belegen Ausreden an, Mr. Moore. Kein Grund. Also das finde ich jetzt echt... Aua, ich wurde angeballert. Auch von rechts, vom großen Haus. Vom großen blauen Haus, wo der große Bär wohnt. Du hast volles Leben, oder? Hast du nicht volles Leben? Nein, hab ich nicht, ich wurde angeschossen. Im großen blauen Haus. Also ich hab dich auf jeden Fall nicht angeschossen, das hast du gesehen. Ja, kannst du trotzdem mal von mir weg bleiben, bitte. Ich hab keinen Bock, dass ich mich verfreulich. Ja, ich versteck mich hier hinter dem Haus, weil sonst werde ich angeschossen. Weil da aber kein Dünnschild ist, Alter. Ich hab Shurikins gehört. Von wo, ich werde auch angeschossen. Oh ja, die kamen in meine Richtung geflogen, Mr. Moore. Die kamen in meine Richtung geflogen. Nee, 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 ich beobachte. Du wurdest von hinten getroffen. Also ich bin, äh, hier bei Zommel. Ich glaub, Rotpilz ist es. Nein, ich bin's nicht. Doch, es ruppilz, es ruppilz. Nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Doch, ich hab ihn. Er hat mich so penitant verfolgt. Hab den Zweiten. Oh, wer war's? Ich. Modado. Ich hab nur den Kopf gesehen, ich hab nicht mal den Namen lesen können. Ja, was ist geil. Ich hab die Notsituation erkannt und habe gedacht, ich erschieße jetzt, äh, Delay LP. Na, das hat ja keiner gekloppt, wenn ich's gesagt hätte. Habe aber nicht bedacht im Moment, dass ganz viele Menschen um mich da rumstehen. Hey, Delay hat dich alleine getötet. Ja, echt, ne? Ja, aber dann kamen noch andere Menschen und dann hab ich Panik bekommen. Und dann hat Delay mich getötet. Ich hab... Bambambam. Das ist aber traurig. Nein. Oh, shit. Ein Mensch ist gestorben. Ich wusste, dass du's bist, Rotpilz. Das war mein Spider-Man-Sender, der wieder zugeschlagen hat. Hat er geklingelt? Das war ja auch voll offensichtlich, dass du Rotpilz es war. Ich hab nicht auf dich geschossen, aber ich lauf dir mal mit einer Schroffflinte hinterher. Aber ich hab wirklich nicht auf ihn geschossen, das ist ja das Ding. Ich hab weiß. Also ich hab Rotpilz nicht verlächtigt, bis er mich angeschossen hat. Er fragt auch noch, bist du verletzt? Ich dachte mir so, jaaaa. Also, wenn jetzt... Ne, vor allem, ich hab ja niemanden schießen sehen. Guck mal, folgendes. Ich hab niemanden schießen sehen und da Mr. Moore immer auf dieses, Oh, ich wurde angeschossen macht, deswegen hab ich gedacht, er verachtete. Detelay Detective, ja. Du bist Detlef? Ich bin Detlektive. Deswegen hab ich das geforkt, dass er... Oh, Quatsch, jetzt werde ich nicht gerne Detlef heißt. Nein, ich wollte die Flasche erschießen, die da auf dem Tisch stammt. Ja, und ich war auf dem Tisch, Mr. Moore. Du warst daneben. Mr. Moore hat auf den Tisch geschossen, während ich drauf war. Na und? Hast du was dagegen? Er könnte auch auf mich gezielt haben und ich hab mich bewegt in der Sekunde. Willst du Stress oder was, ne? Willst du Stress, willst du Stress? Nö, ich möchte nur meinen Verdacht äußern. Oh Gott. Ruppelt schießen. Was machen wir jetzt in so einem Tisch? Ich dachte, ich kann den Tisch kaputt machen, weil ihr habt das immer lange verloren. Das ist eine gute Question, mein Freund. Okay. Mich hat ein Tisch gehauen. Ich hab einen Tisch, hab den verloren. That's not good. Welcher Tisch war's? Wo ist auf welcher Tisch? Weiß nicht. Ich müsste es herausfinden. Oder war's der Stuhl? Ich hab zwar Detective Skills, aber soweit gehen die dann noch nicht. Wer ist Detective für euch? Ja, aushaft. Hast du grad ne Health Station gelegt? Äh, ne. Dann hat jemand grad, da hat der Zombie ne Fake Health Station. Ist du ein Zombie oder Mr. Moor? Hey, wieso Zombie? Warum ich? Oder Mr. Moor? Mr. Moor oder Zombie? Gerade einer von den anderen Health Station gelegt. Wo, wo ist die Health Station gelegt? Vor der Tür vom großen Haus. Ja, dann lass die kaputt. Es ist Mr. Moor. Es ist Mr. Moor. Ich würd sagen, ihr erwähnt Zombie oder Health Station. Nein, Mr. Moor ist es nicht. Dann ist es Zombie. Dann hast du ihn geworfen. Einer hat da gerade die hingeworfen. Komm, tötet mich. Ich bin's nicht. Hä? Aber wie soll die sonst einkommen? Könnt ihr eine Aufnahme bringen? Ja. Maudan und nein. Was? Hä? Versteh ich's nicht. Wie ist die denn da hingekommen? Hä? Ja, die WTF haben ja alle umgebracht wegen dir. Ja, dann hat ihr's. Nein. Warum? Es ist... Ja, okay. Rotpilze. Tadaa. Hä, wie ist die denn da hingekommen? Die haben alle gerade vor deinen Augen umgebracht. Die sind alle da gestorben. Wer könnte es nur sein? Ich dachte, der Detektiv geht noch. Nein, der wurde auch vor dir umgebracht. Nein, ich war der Detektiv. Und Maudan hat mich erschossen. Da sind einfach drei Menschen auf einem Fleck gestorben. Und hast du da hingeworfen. Machst einfach gar nichts. Komm, wir wollen die Detektiv erschaffen. Hä, weil die gesagt haben, dass du Traitor bist. Komm, wir hat die da übrigens. Weil Zombie die da hingepackt hat. Das war eine normale Mikrowelle. Das war eine Mikrowelle. Ach, das war eine Mikrowelle. Sag dir dann nichts. Ach, wie machen wir denn hier? Also, du wirfst gerade eine Mikrowelle auf. Da liegt eine Hälftechen. Du fragst einfach nichts. Ich hab... Ja, ich hab die da hingelegt. Ja. Sag, das ist eine Mikrowelle. Als du noch gelebt hast. Doch. Warum sag mir denn nichts? Ich wusste nicht mal, dass die gemeint war. Was denn? Was mein ich denn sonst? Du tötest auch noch mich, weißt du? Obwohl du die selber da hingelegt hast. Aus dem Grund hab ich jetzt noch gezögert, weil ich so super verwirrt war. Ich dachte, ey, die hat sie doch gerade da hingeworfen. Deswegen fand ich's voll komisch. Ach, Zombie. Oh Gott. Mr. Moore. Ja. Wieso hast du Mo Dado geschrieben? Echt, ne? Weil die Runde begonnen hat und wir beide erschossen waren. Das meine ich. Das ist genau das. Ist ja total komisch, wenn man's... Jo, ich wurde abgeschossen. Ja, Zombie war's. Ich frag mich von wo. Aus dem Hauseingang. Ich hab ihn umgebracht. Da oben auf dem Dach ist Mr. Moore. Gut, das heißt auf jeden Fall... Aua, ich wurde angeschossen. Ja, natürlich, ich schieß auf Mr. Moore. So hab Mr. Moore erschossen. Weil ich hab gerade Schaden bekommen und... Äh, ich hab doch gesagt, ich hätte Zombie erschossen. Oh, Mist. Hä? Hä, ja, ich hab dich erschossen, weil Rotpilz wurde angeschossen. Heißt aber, Inno. Ich hab einen Traitor umgebracht und es war nur noch... Ja! War schon ne super spannende Runde. Ja, Ausschlussverfahren. Ich hab schon vor Tausenden gesagt, dass Mo Dado den Detective ausstellen soll. Hat er immer noch nicht. Hä, ihr... Hashtag Mo Dado ist ein faules Stück Scheiße, was nichts hinbekommt. Der Detective soll doch drin bleiben. Ja, weil dann kann man eben mit dem Ausschlussverfahren zu stark arbeiten. Jetzt hört auf zu streiten! Das machen wir tausend! Jetzt ging es gerade, weil einfach alle tot waren. Ja... Hast du schon mal mit GLP gespielt? Ja! Ja! Und in welcher Runde tötet er die Leute nicht ohne Ausschlussverfahren? Aber jetzt die ganze Runde ist auch... Jetzt... Die letzten Runden waren einfach, äh... ganze Zeit direkt am Anfang erschießen. Ich tötte! 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 Ohne Ausschlussverfahren! Okay! Ja, aber Mr. Moore macht es richtig! Mr. Moore macht es als einziger richtig! Der tötelt einfach alles! Ich tötte mich random, ja! Ich tötte mich random, ja! Ich... Ich möchte... Ich mach das nach Gefühl! die oder brauchen wir zum Leben er wird abgeschossen jetzt wirklich hat er nicht mehr getroffen, ich habe daneben geschossen er ist ewig wieder tot bei Rot mit hinter mir ist, wenn er schießt oder sowas warum schießt er? ja, ja wie ist Mr. Moor jetzt? Ist er tot? kann mir mal eben einer die Situation erklären ja, was ist jetzt passiert? hä? Wie ist jetzt Osaf gestorben? was ist mir hier passiert? Mr. Moor hat den erschossen ja, aber so, stopp und warum lebt Mr. Moor noch? weil er mich abgeknallt, also er mich mit der Sniper abgeschossen ich dachte dann, er ist das ach, Junge halt auch, wenn er auf meinen Kopf zieht, ich bin Detective oh, okay, dann ist es nicht Mr. Moor ja, wie gesagt, Mr. Moor ist Detective deswegen dachte ich auch direkt, er ist das, weil er auf meinen Kopf ist das macht kein Unterschied auf Mr. Moor schießt, also Detective sterben gleich viele Leute oh man, diesmal dachte ich wirklich, er ist böse ja, das ist jedesmal wirklich er hat mich doch auch abgeschossen also gut nein, weil er nicht weil er war innocent ok, da wird geschossen Mr. Moor, Mr. Moor, warum schießt er auf mich? hat den jetzt getötet ok aber das eigentlich ist, die Traitor können voll auf das Alibi benutzen er müsste aber auch noch nicht geschossen weil das oft auch zutrifft einfach ja, dann ist doch eh Rotpilz oder ist der auch schon tot? liegt noch ne Leiche? ja, ist Rotpilz oder ist das hier? ne, das ist Ursaft ja, Rotpilz komm raus weiß wo er ist, aber ich sag's dir nicht best Detective EU die Aussage ich weiß wo er ist, es könnte ja sein, dass ich tot bin war übrigens sehr gut ja, warum türst du ihn da nicht? hä, weil ich mich grad geheilt hab, du warum sagst du mir das nicht, wo er ist? direkt ich weiß nur, dass er oben ist, ich seh's aber warte, da ist er warte, ich muss nachladen ich muss nachladen und er schießt einmal da ist ne Scheibe, Mr. Moore neiiiiiiiin da war noch ne Scheibe da war keine Scheibe die hat Mondado zerstört, ne, oder Zombie, einer von mei hat die zerstört mann aber Mr. Moore, ich hab noch nicht mal als ob ich da direkt so auffällig auf die schießen würde aber ich fand das kratzt ich habe, ich hab's geschafft und dann kommt Mondado und ich weiß Blut an der Scheibe und ich seh da so oh, okay ja, wir sind alle tot ja, aber ich dachte halt, wenn du ich getektet bin und du zu mir rennst und dann mit der Sniper genau in meinem Kopf vorbeischießt, dann kann's auch sein dass du dann einfach daneben schießt ja, wenn ich schießen würde, dann würde ich auch treffen, Mr. Moore ja, das heißt ja nix ey, ich treff immer Usavs verfehlt nie Usavs Schüsse sind einfach er hat Sniper Elite gespielt kennst du Usavs Mittelnamen nicht Usavs Headshot Saft nochmals Saft Saft heißt er nämlich ich meinte eigentlich Orangen Headshot Saft Headshot Das O in meinem Namen steht für One 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 Hinter mir ist jemand Ne genau, das O S steht für One Shot Ah, da ist schon jemand betreten Okay, ich gehe raus One shot Mr. Moore Mr. Moore Richtige Varikade Nein Die haben mich gesehen und die haben mich totgeschossen und dann kamen alle nacheinander und alle haben sich gegenseitig umgebracht Mr. Moore und Mr. Moore Das war ein Schrei aus dem Jenseits Okay Ich dachte anfangs, Zombie wäre mein Traitor-Kollege einfach Er ist nicht dein Kollege, der ist dein größter Feind Er ist so mitgetötet, das wäre so cool gewesen Ja, keiner nimmt die Tür Wofür auch Warte Arsch, schmeißt du einen Baum Warte Arsch, ich bin eine Palme Okay, warte, ich schau Ich bin eine Blume Ich bin gleich auf dem Dach, dass ich gucken kann Ich bin eine Biene Oh, 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 oh Mr. Moore, Mr. Moore, Mr. Moore Mr. Moore schießt Mr. Moore schießt Ah, ah, ah Mr. Moore, Mr. Moore Tor, Tor Sorry Habt ihr ernst? Hallo? Was sind das für Runden? Weißt du, wir beschweren uns hier Oder du beschwerst dich hier, dass alle zu schnell schießen Und dann denke ich mir, okay Ich mache nichts ruhiger und dann fängt die Runde an Mr. Moore, Mr. Moore, Mr. Moore Hä? Warum sind das? Hallo? Wir wurden gar nicht geschossen Doch, wir haben geschossen am uns Wo wurde denn geschossen? Wo ist denn Mr. Moore, Leiche? Wir sind Dramaqueen Nein, wir leben noch Nein, wir leben noch beide Ach so Wir sind Dramaqueen, wir brauchen das Wir wollten die Aufmerksamkeit Need the drama Okay Ich lass dich mal alleine, den süßen Ich bin eine Palme Ich bin eine Blume Ihr bin ein Blümchen Eine russische Blume Ihr bin ein Blume Hallo, der da oben am Fenster ist, guck mal, ich bin eine Palme Also langsam brichst du mich echt auf die Palme Hallo, da unten Ich seh dich nicht Links Links? Links unten, na hallo Ich will gucken Oh, wer war das? Ich hab nur das Fenster kaputt Ich weiß nicht, ich bin direkt Ich hab nur das Fenster kaputtgeschlagen Ich hab nur das Fenster kaputtgeschlagen Irgendwer hat mich doch grad getroffen Ja, jemand ist noch weiter hinten zum Snipern Der wird's echt gerade wo Okay Besteht jetzt Gefahr? Der ist in den Traitorraum gegangen Wir sind dein Wir sind deine Rückendeckung Da ist ein Traitorraum? Ja, es gibt ein Traitorraum in der Mitte Ja, der Dings, der Pilot ist halt zum Traitorraum Der ist hier unten drunter Ich will nicht gehen Von dem aus kann man sich überall hin teleportieren Stopp, stopp, Ruhe, Ruhe, alle Ruhe, alle Ruhe Ja, daher weiß ich das ja Bitte Ruhe, 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 Ruhe Ich höre eine Bombe Raus aus dem Haus Evakuiert das Haus Oh, wer war draußen ist jetzt die Frage Wer war schon draußen? Da oben ist einer drin, da oben ist einer drin Seht ihr das? Ja, der will doch nicht zum Nicht reingehen Ich geh rein Aber da oben ist einer drin Es wird der Traitor Ja, warum soll der Traitor bei seiner Bombe stehen? Er geht einfach wirklich ab von mich für das Team Nein, ich bin das Wer ist da denn noch? Ich bin das, bitte Ruhe Achso Bitte bitte ruhig, ich such die Bombe Ich hab Angst Nein, komm raus Mr. Moor, riskiere nicht dein Leben unnötig Komm da weg, komm da weg Äh, Zombie, lebst du noch? Die wären doch mittlerweile schon längst hochgegangen oder nicht? Okay, sonst hätt ich jetzt sagen können, dass es Today ist Und Ruhe Hä? Der ist ja jetzt Mr. Moor? Wer ist jetzt da? Wer ist jetzt da drin gestorben? Wer ist denn Detective von da? Ja, ja, ich bin Detective und Da Osaph sich opfern wollte Da war gerade erst gar niemand vom Dach gestorben worden Ja, Mr. Moor ist auf dem Dach runter Guck mal hin Und Osaph war die ganze Zeit eine Palme Deswegen nehm ich einfach mal an Er ist Inno Also, bei der haut alle Osaph Also, Zombie ist auch alle Fälle, ne? Das heißt, Zombie ist es? Zombie ist es auf jeden Fall Und einer, entweder Rotpilz oder du, Delay Ne, ich bin's nicht Ihr könnt eigentlich aufeinander schießen W-w-nein Hä? Doch, Rotpilz Okay, es ist Delay Nein, ich greife dann Delay, wenn du inno bist, schieß auf Rotpilz Warum ist es denn nicht Wo? Ah, hier War... Aber die macht die Aussage Ja, tötet du mich Hä? Oh, die schießen mich tot Warum tun? Wat? Und be- hä? Dann war dieser Radarpunkt veraltet Ah, ich bin der Beste Verdammt Ich verstehe nicht, warum er auf Kompikar Ja, ich verstehe auch nicht, warum er auf Kompikar Wer hat die Bombe gelegt? Ich Wer war im Tretterraum Ich wollte nur, dass sie Karma verliert, weil ihr mich vertestet Das war keiner, ich war nicht im Tretterraum, Rotpilz war nicht im Tretterraum Aber da war ein Punkt Hä? Ich bin da hinten, ich bin da unten rumgeschwommen die ganze Runde, aber ich hab nichts gemacht Da ist doch direkt der Eingang für den Tretter Ich habe auch Osoft angesnipert, dass Osoft Schaden hatte Ich hab die Bombe gesucht, ich hab sie aber nicht bekommen Ich wollte hier ein bisschen mehr Mysterium reinbringen Wer hat die Bombe gelegt? Ich hab die Bombe gelegt Das war beautiful Vor allem, hast du da ein Radio hingepackt, Delay? Nee Weil du hast nämlich gesagt, da ist noch einer drin und da schießen, da hab ich gedacht, da wär ein Radio drin Ich war's ja Ja, Mr. Moore war ein bisschen nicht rausgekommen Ich hab die Bombe suchen Ja, der Und das hilft, indem du einfach rumschießt Ja Das lockt dich an, das ist der Bombenlockwurf Kommt dann dahin gelaufen Bum 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 Ja Okay, das Okay Okay Okay, okay Okay Okay